Bei Steampark geht es darum, seinen eigenen Freizeitpark zu bauen. Ich kann Attraktionen bauen. Wir haben so ein Krakenkarussell, wir haben eine Riesenrutsche. Ich kann Stände bauen. Die haben alle so eine Sonderfunktion. Ich kann Besucherbots anlocken. Die Aktionen werden in Echtzeit von allen Spielern gleichzeitig gewürfelt. Es gibt hier Aktionswürfel, auf denen die Aktionen, die verschiedenen, die man machen kann, drauf sind. Sie können Attraktionen bauen, Stände bauen, Besucherbots anlocken, putzen und Spezialkarten spielen. Und in der ersten Phase des Spiels, sie würfeln alle Spieler gleichzeitig so schnell sie können mit ihren Würfeln. Und die Aktionen, die sie da brauchen, mit denen sie zufrieden sind, die legen sie auf ihr Schwein. Und wer als erster fertig ist, ruft fertig, schnappt sich die Karte mit dem ersten Platz, der zweiten in den zweiten. Auf die Plätze, fertig, lockt. Fertig. Knapp. Ja, Steampark, wo Roboter Dampf ablassen.